So, hallo, wir machen weiter. Bei... Ich hoffe jetzt weniger. Hyrule Warriors Wrath of Calamity Ja, ich möchte immer noch die Software starten, natürlich. Und letztes Mal Es sieht eigentlich... Nein, ich übersch... Machen wir es mal so. Okay. Haben wir weitere Missionen gemacht und dann gesehen, dass hier eine Mission aufgetaucht ist, bei der es den Sternensplitter gibt, den wir benötigen. Da gehen wir jetzt mal mit Link und mit Zelda rein in die Mission. Und Ja. Gucken mal, was uns erwartet. Sieht gegnertechnisch nicht so simpel aus, ne? Was da alles auf uns zukommt. Überreste der Verheerung. Sicherlich keine einfache Mission. Wir schauen mal, wie wir zurechtkommen. Ich habe ein bisschen Bammel vor diesen Letzt-Missionen jetzt, die noch auf uns warten. Die scheinen schon heavy zu sein. Gerade die zwei Läune letztes Mal, die waren auch noch mal eine Nummer für sich. Aber wir werden sehen. Aber wir werden sehen. Oh, die kommen, die... Okay. Einfach alle vier auf einen Schlag oder was? Ja, gut. Zelda ist bei den anderen zwei scheinbar. Solange die sich nicht auch noch verbünden und ich dann gegen vier auf einmal kämpfen muss. Ja, ist ja vielleicht okay. Wir werden sehen. Okay, Windfluch, machen Abfluch. Ähm, das war nicht mein Absicht. Das war nicht mein Absicht. Aua. Ach, shit. Ich habe vergessen, was er macht. Ja, bomb, 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 bomb. Nice. Wenn ich Glück habe, kriege ich ihn in die nächste Phase. Ah, scheiße. Das hat nicht funktioniert, wie ich das wollte. Oh, das war knapp. Nein, Eisfluch, mit dir möchte ich noch nicht spielen. Mit dir schon eher. Mann, da fehlt doch nicht mehr viel. So nicht. Jetzt, weg mit dir. Nice. Abflug. Gut. Nummer eins ist weg. Bleibt der... Äh, habe ich Eisfluch irgendwann gesagt? Ich meinte natürlich Wasserfluch. Aua. Er kämpft halt mit Eisattacken. So, das ist das Ding. Aua. Aua. Eis kann ich auch umgehen, mit Eis kann ich auch umgehen, mein Freund. So ist es nicht. Nice. Nice. Nicht so nice. Nicht so nice. Habe ich den noch erwischt? Zählt es noch? Nein. Weg, 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 weg. Holy moly. Weg. Da fehlt doch jetzt nicht mehr viel. Wieso ging das nicht voll ins Auge? Nein, es war zu weit weg. Ich hasse alles. Oh, oh, das war Glück. Huh. So, mach dich weg. Ähm. Macht ihr euch auch mal weg? Ich wollte jetzt schön gechillt eigentlich noch da durchrennen. Aber wir gucken mal, ob wir da Energie bekommen. Oder nur Rubine. Okay, ein Apfelchen. Ist ja schon mal was. Kriegen wir noch mehr Energie? Oh je. Mehr Kisten gibt es nicht. Da hinten sind noch mal Kisten. Das ist alles nur Kohle. Oh, da oben ist der andere Kampf. Da will ich mich mal noch nicht einmischen. Ich wollte eigentlich erst mein A aufladen. Wo sind denn die jetzt hin? Das ist gut, da haben wir kein Zeitlimit. Okay, die treffen, die treffen, die treffen. Das ist nicht so gut. Hier noch eine Kiste. Nee. Okay. Dann soll jetzt erstmal Zelda übernehmen. Ich übernehme, Link. Genau so ist es. Und wenn es bei Zelda zu knapp wird, werden sollte, dann werden wir da entsprechend einschreiben. Aber vorher probiere ich es erstmal mit ihr. Aua. Ach komm, der ist doch eigentlich fertig. So ist gut. 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 Der Donnerflug ist gleich down und mit dem Feuerflug kommen wir dann auch noch klar. Aua. Aua. Bomben, Bomben. Schmetterangriff und weg mit dir. So ist es. Und den kriegst du auch noch jetzt klein. Jetzt hast du nur noch einen Gegner, Zelda. Den kriegst du jetzt auch noch hin. Ne? Den knallen wir auch noch weg hier. Bomben. Sehr nice. So muss das und nicht anders. Zack. Und das war's. Du hast Hyrule beschützt. Sehr nice. Okay. Ich hab jetzt schon keinen Bock auf eine Mission, wo ich gegen vier gleichzeitig kämpfen muss. Aber die wird sicherlich auch noch kommen. Bin ich ziemlich sicher. Okay. 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 Gut. Und jetzt haben wir aber den Sternensplitter. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch 9000 Rubine und können dann die Fee upgraden. Auch wenn ich die Fee nicht nutze, aber es ist halt eine Mission, die ich upgraden muss. Das ist das Ding. Okay. Geld fehlt ja dann auch nicht mehr viel. Kriegen wir hin. Ja, da ist die nächste Mission. Ich sag halt, die tauchen jetzt Stück für Stück tauchen die alle auf, ne? Immer eine weitere Mission. Okay. Wo ist die Fee, dass ich sie nicht vergesse? Hier, ne? Genau. Ach nee, 8000 brauche ich nur. Ja, da fehlen nur noch 1000 Rubine. Gehen wir mal ganz fix irgendwas verkaufen. Was würdest du denn... Hast du irgendeinen Stern irgendwo? Nein, du hast keinen Stern irgendwo. Du hast einen Stern. Und zwar bei... den Geschichten hier. Ähm... Okay, ich weiß, wie viel man da sonst für bekommt. Aber das erscheint mir jetzt nicht so sinnvoll, hier irgendwas zu verkaufen von dem Zeug. Ne, den brauchen wir noch, den Ausdauerhonig. Den würde ich jetzt auch nicht verkaufen wollen. Ne, das lassen wir mal schön bleiben. Das hat gerade keinen Stern. Auch nicht. Da ist noch ein Stern. Bei den Insekten. Okay. So eine Fitkröte gibt 50 Rubine. Davon haben wir 166. So ein Ausdauerkäfig gibt 75 Rubine. Davon haben wir 616. Yo. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich den jetzt für andere Sachen noch großmächtig unbedingt brauchen werde. Ich verkaufe mal 10 Fitkröten. Und ich verkaufe mal 10 Ausdauerkäfer. Die werden mir jetzt nicht den Mega-Verlust bescheren. Und dann können wir nämlich ganz fix einmal die Feenmission machen. Dann haben wir die nämlich auch weg. Mit ZR ausgelöste besondere Angriffe sind stärker. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht mehr mit ihr kämpfen, wenn sie nicht in irgendeiner Mission zwingend vorgeschrieben ist. Aber wie gesagt, das ist eine Mission, die ich halt so machen muss. Von daher hilft es nix. Ne? So. Okay. Dann haben wir jetzt hier diese Labyrinth-Mission. Da würde ich als erstes reingehen. Auch wieder Bannung von Ganons Flücht. Wir kämpfen nur mit Link. Und es gibt ein Zeitlimit. Schauen wir rein. Schauen wir rein und sehen wir, was wir erreichen. Sehen wir, was wir erreichen. Link ist auch kurz vor Level 100. Könnte sein, dass in der Mission jetzt die 100 knackt. Könnte sein. Wir werden sehen. Ah, es ist einfach so ein Ding. Okay. Einfach hintereinander oder gleichzeitig? Ne, es sieht eigentlich ganz angenehm aus. Ich darf nämlich sogar heilen. Also Heile-Items waren gar nicht mal verboten. Aber schade, ich dachte, wir machen das in dem Labyrinth. Ich dachte, wir bekommen noch eine Map im Labyrinth. Naja, ich hätte mir denken, dass es das nicht so ist. Ist ein bisschen schade, aber gut. Dann eben keine Map im Labyrinth. Hätte ja sein können, dass sie für eine Spezialmission noch eine neue Map aufbauen, aber die Maps bleiben schon sozusagen die Story-Maps. Machste nix. Das war nicht so klug, was ich da getan habe. Das macht nix. Ach man, was mache ich denn die ganze Zeit? Außer mich von allem und jedem treffen lassen. Abflug. Ach man, ich wollte... das ist aber... Okay. Nein, das ist immer zu weit weg. Es ist doch zum Kotzen. Ich meine, den habe ich mal wieder hinbekommen. Ich wollte eigentlich ausweichen. Nice. Und das war's. Du machst nen Abflug. Oh, du machst noch keinen Abflug. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ne, der biebt sich, ne? Es ist gar keine... Ja. Ach, komm schon. Oh je, die brauchen halt auch ihre Zeit, ne? So, der erste ist weg. Uff. Und der Feuerflug ist da. Also ich muss deutlich besser kämpfen. Ah, ich habe schon wieder überhaupt nicht meine Magie eingesetzt. Habe ich komplett vergessen. Hier, äh... Könnte ich ja auch mal ein bisschen tun. Das ich halt nicht ständig getroffen werde. Nej, ein Schinn-Skinner. Hälfte ist weg Ah, ich wollte aus Mann Okay, nice Nein, ich treffe wieder nicht Aua Alter, der hat so eine Reichweite Insane Nein Was ist das? Alter Gibt es dann Jetzt Nice Sehr nice Das sollte es jetzt gewesen sein Und ab dafür So, ich muss ein bisschen aufpassen Ich würde mich jetzt mal heilen Zwischendurch Einmal zumindest Ja, und ich wollte gerade sagen Die A-Attacke hebe ich mir für den Donnerflug auf Da ist mir die deutlich lieber Nice Yo Windfluch ist halt so Ja, alles klar Yo Was war das denn für eine Attacke? In der Arena lernt man jetzt die ganzen Attacken kennen Die man noch nie realisiert hat, was die Gegner können Ei, ei, ei Nee, schon wieder die Kanone Nee Aua Weg, 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 weg Ich bin, ich darf da Eigentlich ist es viel zu gefährlich, da nah ranzugehen Weil der halt ziemlich fiese Sachen kann Die böse Schaden machen, wenn man zu nah dran ist Nice Nice Okay Boah, aber der hält auch richtig viel aus, ey Weg, 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 weg Ei, 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 ei Ah, ich hab's verpeilt Okay Nice So was brauch ich, davon brauch ich mehr Weg, ja, nice, perfekt Sehr schön Weg damit So Fehlt nicht mehr viel Ich würd gern die Energie behalten für den Donnerfluch Aua Nein, diesmal hab ich's nicht geschafft, schade Ach, komm schon Nice Oh, der schießt mehr, das hab ich nicht gewusst Ah, die Winde werden auch immer stärker Okay Okay Oi, 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 oi Weg da Weg da Bruder Nice Der ist, ah, der ist so wichtig Okay, mach'n Abflug Perfekt Das war's Dann auch mit dem Windflug Aber man braucht fast die volle Zeit Das ist schon, äh, gut bemessen So, der schlimmste seiner Generation ist noch aufgetaucht Ja Ja, mhm Nice So, wenn ich jetzt mit meiner Energie am Boden bin, ist es vorbei Ich muss jetzt richtig böse auf die Energie aufpassen, ne Wollte ich nur mal gesagt haben Ich hab' die Bomben verpasst Nice Aua Ah, die Energie, die Energie, die Energie, die Energie Komm schon Weg mit dir Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Wenn wir Glück haben, kriegen wir nochmal eine A-Attacke zusammen Sieht gut aus, der Balken ist fast voll Ja, nice Perfekt Das war wieder wichtig Okay Ab dafür Zurück zum Absender Nice Ja, das war's Oh, yes Puh Ist schon, ist schon, ist schon kritisch Ist schon kritisch Mein, man könnte auch mit vollen Äpfeln mal reingehen In so eine Mission Aber nö Level 100 Man, 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 man Kann man weiter als Level 100 leveln oder ist das das höchste? Ich weiß es nicht Wir werden es sehen Puh Ja, neue Mission War klar Merkwürde gewesen Okay, ganz viele von den Dingern Oh, da gibt's fünf von den Kristallteilen Okay Von den Sternkristallen Ich weiß nicht warum, aber hey Mit Zeitlimit Ich würde sagen, wir gehen rein Ich würde sagen, wir gehen rein Auch hier wieder, wenn das Zeitlimit jetzt übertrieben hoch ist Bis im nächsten Part Dann die Mission Ansonsten machen wir sie noch So Dam, bam, bam, bam Okay, wir kämpfen einfach hier Okay Okay, alles klar Na dann, machen wir das mal So Was kommt jetzt? Ganon Achso Mein Phantom Okay, aber auch der Das war die Mission Okay Okay, weiter Stufe 100 geht's nicht Das ist voll Alles klar Ja, ich verstehe Aber das war die Mission Warum Zeitlimit von 10 Minuten Was war das denn? Sehr interessant Ich mein, das ist dann natürlich eine Mission Um richtig schnell Kohle, um richtig schnell Kohle zu verdienen Das dauert das Laden wieder länger als das Besiegen Interessant auf jeden Fall Äußerst interessant Äußerst interessant Aber gut Gleich daneben die nächste mit Astor nochmal Kampf gegen Astor Ja, alles klar Ja, alles klar Da gibt's auch nochmal so Sternensplitter Warum krieg ich jetzt nochmal so viele Sternensplitter? So, meanwhile können wir den hier machen Weiche Wände? Ja, ich brauch's gar nicht lesen Ich nutze den ja eh nicht mehr, den Typen Ähm Jetzt fehlt hier immer noch Drei Octoroks fehlen hier noch Dann können wir das auch machen Muss ich halt mal kurz eine Octorok-Mission nochmal spielen Ist auch in Ordnung Und da fehlt nochmal Geld Und ein Stein aus einer Äh, vier Steine aus einer anderen Also vier Missionen noch Vier Mini-Missionen Also vier so, ne, Nebenmissionen Und dann Ist eigentlich alles abgehakt Wenn ich den Überblick richtig habe Was fehlt hier noch? Na, hier wird noch eine Mission auftauchen Wahrscheinlich aus irgendeinem Grund Auf irgendeine Art und Weise Wird hier noch was auftauchen Aber ja Es füllt sich immer mehr Es füllt sich immer mehr Stück für Stück Füllt es sich Immer mehr Alles was wir im Moment tun können Ist Missionen spielen Gut Danke fürs Zuschauen Nächstes Mal die beiden Missionen hier Und Tschüss